Die DRV News vom 25. Oktober 2024. Grüne verhindern Legalisierung. München, Razzia in Helios Apotheke. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arvai Medical und Dirk Stroh Shop. Herzlich Willkommen bei den DRV News. Eine kleine Vorbemerkung, ein neues Video hier im Kanal zwischen den DRV News. Nämlich mal wieder von Kollegen von Wirklären auf. Diagnose und Therapie, wie Cannabis Leben verändert. Also schaut mal rein, geht um Cannabis als Medizin und erfolgreiche Anwendungen und so weiter. Und jetzt geht es aber gleich weiter mit unserem Titelthema Grüne verhindern Legalisierung. Legalisierung. Jetzt kann ich mir schon alle möglichen Kommentare vorstellen, die garantiert irgendwie hier unter dem Video auftauchen, von Leuten, die es gar nicht bis zu dieser Stelle hier geschafft haben, wo ich darauf mal eingehe. Grüne verhindern Legalisierung. Da würde es die Leute geben, die sagen, ja gibt doch, ist doch schon legalisiert worden, wie die verhindern das. Ja, wir haben zu wissen, die Teillegalisierung haben wir ja schon. Da sage ich, nein, wir haben überhaupt nichts, was Legalisierung angeht. Ich bin Anhänger der alten Schule sozusagen, der Einordnung zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung. Entkriminalisierung heißt, wir verfolgen die Konsumenten nicht, inklusive deren Eigenanbau und auch inklusive deren gemeinsamen Eigenanbau, was wir in den Anbauvereinen haben. Und das ist auch gut, dass wir das alles haben. Das ist eine recht weitgehende Entkriminalisierung, bis auf Abstandsregulierungen und zu komischen Obergrenzen und so weiter. Beim Eigenanbau wisst ihr ja die ganzen Probleme. Aber immerhin, das betrifft alles Entkriminalisierung, aber nicht Legalisierung. Und da kann lauter über 8000 Mal Teillegalisierung sagen, es ist keine Legalisierung, weil zur Legalisierung gehört ein legaler Markt. Dem bestehenden Markt einen legalen Rahmen geben. Das heißt Legalisierung, Regeln einführen für diesen Markt, Verkaufsmöglichkeiten schaffen. Jetzt haben wir ja überhaupt keine Möglichkeit, bisher gesetzlich legal Cannabis auch zu kaufen. Wir können es selber anbauen, wir können in den Clubs gehen, wenn wir dann irgendwann mal einen funktionierenden Club in der Nähe haben, was für die meisten Konsumenten noch viele Jahre dauern kann. Bis dahin muss man sich irgendwie anders behelfen. Deswegen, Fachgeschäfte für Erwachsene werden schon schick. Das war das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde und was wir bis jetzt nicht haben. Und warum Grüne? Warum nicht die ganze Regierung? Weil jetzt im Moment ganz speziell das Thema hängt an Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der könnte den Einstieg machen, so wie geplant. Lauterbach hat auch versagt. Ja, Lauterbach hat natürlich Säule 2 versprochen. Der hat ja überhaupt das ganze Projekt aufgespalten in die zwei Säulen sozusagen, in die erste und die zweite Säule. Und ich erinnere mich noch, dass Kirsten Kappert-Gonther, die Drogenprinzip-Sprecherin der Grünen, ganz am Anfang gesagt hat, als wir das selber vorgeschlagen haben, erst zu entkriminalisieren, dann zu legalisieren, dass sie befürchtet, dass nach dem ersten Schritt die Luft raus ist und dann irgendwie der zweite Schritt nicht mehr kommt. Die Situation haben wir ja jetzt im Prinzip, wobei ich damals eine viel kleinere Entkriminalisierung vorgeschlagen habe, ohne Klubs und so weiter und dann eben ganz schnell sozusagen ein paar Gramm legal und den Rest klären wir dann in Ruhe. Das haben sie ja nicht gemacht, sondern viel größer den ersten Schritt und dann den zweiten, der jetzt auf der Kippe steht eben. Und ja, Lauterbach wollte ja erst selber ein Gesetz vorlegen, hat er nicht gemacht, hat er versagt, okay. Aber er hat immer die Entkriminalisierung geliefert und Wissing genauso. Die FDP mit ihrem Verkehrsminister, den mussten wir auch zum Jagen tragen. Lauterbach wollte erst nicht, da haben wir Karl am Zug trennen lassen, irgendwie bis er überhaupt mal angefangen hat, zu sagen, ja gut, dann mache ich schon dieses Jahr, fange ich schon an mit dem Legalisierungsgesetz. Beim Wissing das gleiche Thema, ja, der ist an den THC-Grenzwert nicht rangegangen, musste war ewig irgendwie dran rum, Theater machen irgendwie, bis er dann mal gesagt hat, okay, naja, dann mache ich jetzt halt nochmal so Grenzwertkommissionen. Und wir haben immerhin jetzt eine mittelprächtige Erhöhung des Grenzwerts für den Straßenverkehr. Auch nicht optimal, nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, aber letztendlich hat auch die FDP mit ihrem Minister geliefert. Und jetzt steht Witzing mir da und kann nach dem ganzen Theater, was die Grünen ja im Bundesrat schon gemacht haben, da hätten sie auch schon fast irgendwie die Entkriminalisierung versemmelt, weil sie gesagt haben, ja, nee, unsere Staatsanwälte brauchen ja noch so viel Zeit, dann lasst uns halt mal vertagen mit der Entkriminalisierung. Das haben sie ja gerade noch die Kurve gekriegt, nachdem wieder ein Riesentheater veranstaltet worden ist von der ganzen Szene. Und jetzt können sie wieder gut machen, weil im schon beschlossenen Cannabis-Gesetz diese Forschungsklausel drinsteht, Paragraf 2 Absatz 4 Cannabiskontrollgesetz, da steht, wer zu wissenschaftlichen Zwecken, also Forschungsmodellvorhaben, mit Cannabis handeln will, der braucht eine Genehmigung von einer Behörde, die das Landwirtschaftsministerium noch bestimmen muss. Die Verordnung für diese Behörde liegt seit einem halben Jahr da und lässt sie nicht in Kraft treten. Hält sie einfach zurück, hält sie in der Schublade, diese Verordnung, und sie tritt nicht in Kraft. Deswegen machen wir hier seit Wochen so einen Riesenaufstand sozusagen. Wir adressieren immer wieder zu mir, du mach es doch bitte, ja, ist doch jetzt wirklich nur noch eine Kleinigkeit. Da gibt es überhaupt keine Widerstände. Das ist vereinbart. Da kommen Leute, die sagen, ja, jetzt habt ihr aber schon so viel, ja, jetzt musst du auch mal Kompromisse machen, und wir anderen wollen auch was durchsetzen, man muss immer was dafür geben und nehmen und bla. Aber der Kompromiss ist doch schon gemacht worden. Der steht im Gesetz, den haben die Ampel-Koalition-Parteienfraktionen gemeinsam ins Gesetz reingeschrieben. Von irgendwelchen schlauen Leuten, die gedacht haben, na, das wird vielleicht knapp mit dem zweiten Gesetz von lauter, aber vielleicht kommt das gar nicht mehr. Also machen wir diese, eröffnen wir diese Möglichkeit, ein Forschungsvorhaben zu machen, auch direkt im Konsum-Kannabis-Gesetz. So wie das vorher im Betäubungsmittelgesetz auch war. Ja, und die Heroinenvergabe zum Beispiel über diesen Paragrafen einfach gelaufen ist. Genau das kann Öztürk jetzt machen. Einfach so. Die Verordnung liegt da, er muss das nicht mehr durchs Kabinett, also er muss gar nichts, durch die Fraktion muss das nicht mehr diskutiert werden, er kann das einfach machen. Er wird null Widerstand finden, ja, er macht es hier im Widerstand selbst. Vielleicht im eigenen Haus, also irgendwie, dass die da keinen Bock drauf haben in seinem Ministerium. Aber ansonsten politisch kann er einfach sagen, ja, cool, hier ist die Verordnung. Er ist sogar verpflichtet zu sagen, hier ist die Verordnung. Da steht drin, Paragraf 2, Absatz 4, das Landwirtschaftsministerium möge doch diese Behörde bestimmen, die zuständig ist für Anträge zu Modellprojekten. Also muss gar kein Kompromiss mehr gemacht werden, muss nicht mehr dafür gekämpft werden, die müssen das einfach nur noch machen. Und wenn sie das nicht machen, dann verhindern die Grünen den Einstieg in Forschungsprojekte zur Abgabe von Cannabis. Also der erste Schritt zur Legalisierung. Alles, was bis jetzt passiert ist, war eine Entkriminalisierung, keine Legalisierung. Der erste Schritt zur Legalisierung ist zu erforschen, legale Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften, zum Beispiel in Apotheken, irgendwelche Verkaufsorte, inklusive Produktionskette. Das kann Ötzen jetzt einfach machen. Zumindest, na gut, machen müssen natürlich letztendlich die Antragsteller, aber die stehen ja schon auf der Matte. Da sind etliche, die sofort einen Antrag stellen, würden, aber das nicht tun, weil eben diese blöde Verordnung nicht veröffentlicht wird, die schon längst da rumliegt, in der Schublade liegt. Wir haben jetzt wochenlang Öztemir adressiert deswegen. Unter anderem habe ich auch vor einer Woche eine Terminanfrage gestellt, null Antwort bekommen und auch auf unsere ganzen Social-Media-Aktionen und sonstigen Aktionen gab es null Reaktionen von Cem Öztemir. Und das ist wirklich sehr enttäuschend, zumal er selber ja persönlich auch immer wieder mit dem Thema vorangegangen ist und kokettiert hat, mit seiner Handpflanze auf dem Balkon und immer mal wieder sich für Legalisierung ausgesprochen hat und auch bis jetzt einigermaßen konsistent. Letztens noch gesagt hat, ja, ich kann das aber ja nicht alleine machen mit der Legalisierung. Ich brauche den Gesundheitsminister, ich brauche den Justizminister. Jetzt brauche keinen mehr, jetzt kann er das alleine machen. Und er macht das nicht. Unglaublich eigentlich. Also wirklich auch persönlich ist schwer enttäuschend sozusagen. Jetzt heute ist bekannt geworden, dass Öztemir antreten will als Ministerpräsident, Kandidat für die Grünen in Baden-Württemberg. Also den Herrn Kretschmann beerben sozusagen. Vielleicht hat diese ganze Bezögerei irgendwie damit was zu tun, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so toll ist, irgendwie selbst wenn man jetzt konservativere Bevölkerung im Visier hat, sozusagen die einen wählen sollen, ob das dann eine tolle Werbung ist, wenn man seine Wahlversprechen nicht einhält, obwohl man kann. Ja, also ob das jetzt unbedingt so eine tolle Werbung ist für Öztemir, ich hoffe doch, dass sich das nochmal überlegt. Aber letztendlich geht es dann eben auch über Öztemir hinaus. Wir haben bis jetzt ja erstmal Öztemir persönlich adressiert, einfach irgendwie die Chance zu geben, den Schritt halt zu machen. Ja, ihn zu motivieren, das zu machen. Aber da null Bewegung da steht, muss man jetzt letztendlich auch auf die Grünen insgesamt gucken und sagen, wo sind die denn? Wo ist denn die grüne Bundestagsfraktion, die grüne Partei? Wieso ist da kein Krisenstab unterwegs, der sagt ja hier, was ist denn heute zwei? Da kommt ja nichts. Lauterbach macht das nicht. Ja, und unser Minister verhindert gerade irgendwie Modellprojekte. Warum? Ja, die müssen eben jeden Tag anrufen, bei dem man auf der Matte stehen. Stattdessen haben wir den Eindruck, die raffen das überhaupt nicht. Die haben selber irgendwie gehört, oh, zwei, zwei, ja, schade, Lauterbach macht irgendwie nichts. Wir warten an und ewig auf Lauterbach und wird wohl nicht mehr kommen, statt in der Zeitung. Ja, machen wir mal. Schade, schade, ja. So habe ich das Gefühl, sitzt die Bundestagsfraktion da und geht zum nächsten Thema über. Als wäre das keine Krise. Ja, als wäre das nicht jetzt ein Problem, dass die ihre Versprechungen nicht einhalten. Dabei ist das ein urgrünes Thema mit der Legalisierung. Die können sagen, unser Thema Legalisierung haben wir in den Koalitionsvertrag reinverhandelt. Ja, die SPD wollte gar nicht, aber wir haben es reinverhandelt. Und jetzt steht der Öztin mir vor dem Tor ohne Torwart und sagt, ja, nö, ich lasse das da liegen mit dem Ball da. Ich gehe lieber Ministerpräsident werden. Ja, die takt ja wohl. Und ich habe jetzt heute eine Antwort zugeschickt bekommen von einem grünen Abgeordneten im Bundestag, der auch gefragt wurde, was ist denn jetzt mit Säule 2. Er hat ja geantwortet, ja, die Verordnung beim Öztin mir ist fertig im Landwirtschaftsministerium, aber Lauterbach macht ja kein Gesetz. Und eine Verordnung zum Gesetz hat noch gar nicht akzeptiert, kann ja Öztin mir nicht erlassen. Völliger Blödsinn. Ja, es geht gar nicht um ein Gesetz, um eine Verordnung zum Modellprojektgesetz, zur Säule 2 Gesetz oder so, sondern es geht um eine Verordnung, die jetzt zum jetzigen schon bestehenden Konsumkannabisgesetz sich bezieht. Paragraph 2, Absatz 4. Ja, offensichtlich spielt das keine ausreichend große Rolle in der grünen Bundestagsfraktion, dass die sich das überhaupt mal genau angucken, wo das Problem jetzt ist. Ja, die lassen das einfach so verdödeln. Die lassen einfach Öztin mir da nichts tun und reden scheinbar gar nicht drüber, dass das ein Problem ist. Leute, das ist ein Problem, ja, in der grünen Bundestagsfraktion. Das ist eine totale Katastrophe für eure Glaubwürdigkeit. Und das, ja, hoffe ich, werdet ihr noch verstehen und ruft jeden Tag bei euch zu mir an und fragt denen, was ist jetzt mit dieser Verordnung da? Also das ist wirklich unmöglich. Ich werde jetzt allen Abgeordneten der Grünen im Bundestag nochmal schreiben, die auf diese Situation hinweisen. Ja, kann auch nur empfehlen, euch allen das zu tun, euren Abgeordneten vor Ort. Die Grünen können Modellprojekte sofort triggern. Die Antragsteller stehen vor der Tür, sozusagen wenden sich jetzt teilweise schon ab. Ja, deswegen auch verhindern die Legalisierung. Die ersten wenden sich schon wieder ab. Mainz zum Beispiel hat jetzt beschlossen, dass sie das erstmal auf Eis legen mit dem Modellprojekt. Ja, die wollten eigentlich, haben einen Stadtratsbeschluss gehabt, ein Modellprojekt machen zu wollen. Und jetzt mit Verweis auf das, auf Bundesebene, die rechtliche Situation nicht klar ist, legen sie das jetzt erstmal auf Eis. Ja, und das sind eben auch Player, die könnten vor der Wahl, vor der nächsten Bundestagswahl noch Fakten schaffen. Jetzt einen Antrag stellen und bis dahin schon irgendeine Art Abgabe organisieren. Na, ins Laufen kommen, irgendwie vor der Wahl. Stattdessen legen sie das auf Eis, weil irgendwie Öztin mir da rumsitzt und nichts tut und sich totstellt, Kopf in den Sand steckt, was weiß ich, einfach die ganze Sache totschweigt, als wäre sie nicht da. Ja, aber sie ist da. Ja, also, und ihr werdet das nicht mehr los, das Thema. Wie werdet ihr das los, wenn ihr das jetzt vergeigt? Dann muss man auch sagen, dass jetzt nicht nur diese Modellprojekte davon betroffen sind, von denen wir hier reden, wenn ich Cannabis abgabe, sondern es gibt auch andere Forschungsprojekte, die davon betroffen sind. Da war auch diese Woche eins in den Medien und da geht es um die Uni Erfurt. Die haben ein Forschungsprogramm, wo es um Landwirtschaft geht, sozusagen. Die wollen da gerne irgendwie eine Fortbildung machen. Die haben also jetzt auch einen neuen Lehrgang irgendwie Cannabis-Anbau gestartet und würden gerne eben dann auch Pflanzen an der Uni anbauen. Zeigen wir euch mal den ersten Ausschnitt. Sie wollen in ihrem Gewächshaus Hanf anbauen, denn im Lehrplan für den Studiengang Gärtnerischer Pflanzenbau bieten sie seit diesem Semester auch Cannabis-Anbau als Fach an. So, also das ist die Situation. Fachbereich Gartenbau würde gerne zu Lehr- und Forschungszwecken an der Uni Pflanzen anbauen. Klassisch-Wissen, wissenschaftlicher Anbau von Cannabis, genau dafür unter anderem auch ist dieser Paragraf 2 Absatz 4 gemacht. Forschungsklausel, sagt man da. Und da ist gar kein kommerzielles Interesse dahinter. Da geht es gar nicht um jetzt irgendwie Verkauf von Haschisch irgendwie an Konsumenten oder so. Einfach nur um Forschung und Lehre. Ja, und auch da Ergebnis. Was uns jetzt im Moment das Leben schwer macht, ist eben das Cannabis-Gesetz an sich. Dort sind halt Paragrafen definiert, gerade die uns als Forscher betreffen würden, die aber nicht ausformuliert wurden, wo gesagt wurde, dass eben später genauere Regeln festlegen und das ist bisher halt nicht passiert. Ja, im Klartext an der Uni Erfurt kann kein Hanf angebaut werden, weil Özdemir die Wort noch nicht in Kraft treten lässt, die schon seit einem halben Jahr fertig in der Schubladen liegt und die die BLE, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zur zuständigen Behörde macht, gesetzlich alles geregelt, aber auch nur die Behörde könnte da den Antrag stellen. Wir haben uns mit der Uni Erfurt eine Anfrage gestellt, um mal mit denen darüber zu reden. Auch mit anderen potenziellen Antragstellern sind wir in Kontakt um mal zu sprechen, ob die nicht sowieso einen Antrag stellen, unabhängig davon, ob Özdemir die Behörde jetzt bestimmt oder nicht, weil wenn er sie nicht bestimmt, ist er halt selber zuständig. Nach den Paragraphen kann man halt rechtlich gesehen so einen Antrag stellen. Ja, und dann kann man sich dann eben ans Landwirtschaftsministerium wenden, ja, von wegen im Gesetz steht ja, ihr seid dafür verantwortlich, mir eine Behörde zu nennen, die das macht. Ja, also bitteschön, ja, also wenn nicht, dann bearbeitet er halt selber lieber Anträge. Also über den Weg kann man möglicherweise eben auch noch ein Forschungsprojekt anstoßen oder zumindest auch klagen dagegen, ja, wenn da nichts passiert, auch Untätigkeit, wenn der die Behörde nicht bestimmt oder wenn sie den Antrag ablehnen, ja, oder wenn sie gar nicht, wenn sie einfach ignorieren, ja, können sie ja nicht machen, steht im Gesetz drin, man kann Modellprojekte machen und forschen. Insofern, ja, Uni Erfurt meldet euch mal bei uns, Mail ist irgendwie ein Posteingang bei einem von euch und so ähnlich sieht das auch aus mit einem anderen ähnlichen Forschungsprojekt, nämlich eine Bachelorarbeit, wo jemand konkret ausprobieren will, wie man bestimmte Robotekameras oder irgendwas bei dem Pflanzenwuchs irgendwie einsetzen kann und er braucht dafür Pflanzen in der Uni, die da wachsen, ja, damit er da die Technik ausprobieren kann, weil die Technik da ist, die kann er nicht nach Hause mitnehmen. Geht nicht, ja, weil Ötze mir die Verordnung nicht in Kraft treten lässt, da kann der arme Junge seine Bachelorarbeit nicht machen irgendwie wie geplant. Völlig unsinnig, ja, warum auch immer, äh, sitzt Ötze mir auf dieser Verordnung drauf und verhindert jetzt nicht nur eben das eigentliche große Ziel der Grünen, nämlich Abgabe von Cannabis, regulierte Abgabe von Cannabis und wenigstens den ersten Schritt in Richtung Legalisierung, ja, große Legalist-Partei am Arsch, weil man nicht mal forschen darf und seine Bachelorarbeit machen. Naja, also wir sind mit verschiedenen Playern im Kontakt, schreiben die Grünen an, schreibt ja auch die Grünen an und, ja, im Zweifelsfall werden wir halt auch nochmal so eine Mail-Bombe sozusagen loslassen müssen, ja, oder ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit, um das zum Ausdruck zu bringen, was für ein totaler Fehler das ist, ähm, auch zum Beispiel eine Wahlempfehlung für Baden-Württemberg mit Kretschmann als Spitzenkandidat, nach dem Fall, wenn er das jetzt nicht macht, ja, das ist natürlich Unterirdesstand, ja, so einen Menschen kann man ja nicht zur Wahl empfehlen als Handverband. Also was wirklich, der war ja immer vorne dabei, ja, vielleicht kriegt er noch die Kurve, was weiß ich, was mit dem los ist, ob das jetzt wirklich, ob Kretschmann ihm gesagt hat, du wirst aber nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wenn er jetzt keinen Vorschung vorüber Cannabis zulässt, oder was, äh, wo sind wir denn hier, ja, also, ähm, noch ist das Ganze nicht zu Ende, ja, ich sehe auch immer noch die, die jetzt sagen, äh, jetzt vorbei, äh, lass mal heulen gehen, ne, oder müssen wir erstmal jetzt so mit Klack kommen, bla bla, oder hab ich doch immer schon gesagt und so, ne, die sind auch jetzt alle schon wieder da, von wegen, hab ich doch gleich gesagt, dass das nichts wird, genau wie am Anfang irgendwie, als sie auch gesagt haben, mit der Inkriminalisierung wird nichts, wir sind noch mittendrin, ja, noch, äh, ist die Ampel am Start, und auch bei den anderen war es ja sehr zäh sozusagen, dass die, äh, ans Laufen gekommen sind, aber FDP mit der Minister hat letztendlich geliefert, SPD mit ihrem Minister hat zumindest die Inkriminalisierung geliefert und die Grünen mit ihrem Minister haben bis jetzt noch gar nichts geliefert und ich frage ich, ob es dabei bleibt oder nicht, also, liebe Grünen, ja, äh, äh, Krisensitzung ist mal angesagt, ja, hört gleich mal, hörst du mir auf den Schoß und fragt dir mal, was los ist da? Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen, Cannabis-Konsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbau-Clubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutsche Hanfverband, deine Stimme für echte Legalisierung. So, andere restliche Nachrichten geht jetzt was kürzer. Ist auch nicht so ganz so aufregend, obwohl doch, ist es schon auch aufregend. Razzia in der Helios-Apotheke in München. Das ist eine ziemlich spezielle, besondere Apotheke. Bei der Gelegenheit habe ich mir jetzt das Video von Micha nochmal angeguckt. Der war nämlich da, hat es jetzt angeguckt. Erster Ausschnitt. Wir haben hier genug Wartebereich-Möglichkeiten für die Patienten. Dann haben wir uns hier eben auf ein anderes Randsortiment, sage ich mal, beschränkt. Das heißt, hier kriegt man bei uns wirklich alles rund ums Thema Cannabis. Ricks für Öle. Ja, also sehr spezialisiert auf Cannabis-Medizin, diese Apotheke mit allem Drum und Dran, Ambiente und Tralala. Aber eben nicht nur Ambiente, sondern auch, was die Herstellungsverfahren angeht, für medizinisches Cannabis, ist diese Apotheke innovativ. Dazu zeigen wir jetzt noch einen weiteren Ausschnitt. Ihr hattet hier ein sogenanntes Dry-Sift, das heißt eine Trockensiebung aus Cannabis. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Herz drehen. Denn das würde ich gerne auch mal verschrieben bekommen. Genau so. Also, die machen traditionelle Hasch-Herstellung sozusagen oder auch moderne Hasch-Herstellung und das ist natürlich schon Graubereich, würde ich gar nicht sagen. Ja, ist ja normal. In der Apotheke Rezepturarzneimittel gemacht werden, angerührt werden. Das ist altes Apothekerhandwerk immer schon so gewesen und Extrakte sind ja gewünscht sogar von der Politik, lange auch und von Krankenkassen und so weiter den Blüten vorgezogen. Die haben immer gesagt, einfach nur den Blüten da, das ist doch was irgendwie für Kiffer. Lass mal lieber irgendwas anderes nehmen, wo Tropfen und so, was der Doktor und ihr auch mal gerne kennt, was sonst auch so verschrieben kriegt, lass mal lieber sowas machen mit Extrakten oder so. Das kann der Apotheke auch zusammenrühren, in der Apotheke und herstellen und so weiter und verkaufen und da wird halt jetzt Haschisch hergestellt, was auch eine Art Extraktion ist und Konzentration und so weiter, auch Apothekerhandwerk letztendlich, aber eben ein bisschen ungewohnt, ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen auch vom Wording her irgendwie, ja, so wie das eben in der Handkommunity auch geredet wird. Und das stößt scheinbar auf in Bayern, das mögen die nicht und da hat es dann eben jetzt eine Razzia gegeben. Wegen der Hasch-Erstellung und wegen dem Film von Micha, schönen Grüße an der Stelle an Micha und an die Kollegen von Helios, ich fand das ganz interessant, das Video, zumal ja auch man sagen muss, ja, Cannabis als Medizin war früher Hasch. Vor 120 Jahren unter Kaiser Wilhelm konnte man in der Apotheke Cannabis als Medizin kaufen und dann hat Hasch gekriegt, ja, also das war ganz normal und jetzt machen die das jetzt auch wieder so, nach dem ganzen Legalisierungsgedöns und nachdem jetzt irgendwie Cannabis als Medizin ziemlich normal geworden ist, machen halt Hasch und dann reiten die Bayern da ein und sagen, ja, der wurde Hasch hergestellt, wir müssen das alles beschlagnahmen, was zum Hasch machen gebraucht wird, die ganzen Gerätschaften und so, muss man alles beschlagnahmen nach Verstoß gegen Konsum-Kannabis-Kannabes-Gesetz, KKNG. Aber das ist für Apotheken gar nicht zuständig. Ja, nochmal zur Erinnerung, dieses Cannabis-Gesetz, KNG, setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Teilen, da unter anderem eben das Konsum-Kannabis-Gesetz, was sich irgendwie rund um irgendwie den Wald- und Wiesen- Cannabis-Konsumenten bewegt mit Eigenanbau, mit Anbau-Clubs, mit den Besitzregeln, mit den Konsumregeln und so weiter, aber da teilen dieses Cannabis-Gesetz auch das Med-Kann-G für medizinisches Cannabis und das natürlich für den ganzen medizinischen Bereich mit Produktion zuständig und Apotheken-Gedöns und so weiter. Danach müssen die im Prinzip eine Apotheke beurteilen, jedenfalls solange die Apotheke ein Cannabis-Nur-Gesetz rausgibt und sich nicht irgendwie als illegaler Coffee-Shop rausstellt oder so, wo ich jetzt mal nicht von ausgehe. Insofern haben die ganz normal Medizin-Apotheke sozusagen die Funktion erfüllt und das eben auf spezialisierte Art und Weise. Insofern müssten die ins Milch-Kang-G gucken und nicht ins K-Kang-G. Trotzdem geht es jetzt scheinbar erstmal beim Vorwurf darum Verstoß gegen K-Kang-G. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja tatsächlich eine etwas ungewöhnliche Sache. Neuland, nicht Graubereich, aber Neuland immerhin und eine Sache, die man so nicht gewöhnt ist, als Polizei in der Apotheke hergestellt wird. Aber ich denke, dass das irgendwie legitim ist und wie gesagt, auch schon unter Kaiser Wilhelm kein Problem war, aber er hat auch seine Schubhose mit den Pickelauben nicht irgendwie in die Apotheke geschickt und gesagt, jetzt beschlack immer mal in der Tasche da. Aber heutzutage in Bayern ist das so und wir werden sehen, wohin da die Reise geht. Und wir bleiben auch gerade in Bayern nochmal mit der nächsten Razzia, nämlich in den mehreren V-Märkten. Die haben nämlich Stecklinge vertickt, und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist überhaupt ein Steckling? Das ist ja jetzt in letzter Zeit wieder aufgetaucht, also vor einem halben Jahr sah es so aus, als hätte ich Stecklingsfrage eigentlich durch. Also Stecklinge sind halt kein Cannabis, sondern Vermehrungsmaterial. Vermehrungsmaterial ist ausdrücklich ausgenommen von der Definition von Cannabis, insofern auch nicht illegal. Selbst die bayerische Polizei hat das lange gefressen sozusagen und die bayerische Staatsregierung hat auch gesagt, gewarnt davor, dass da eine Gesetzeslücke ist und dass demnächst die Baumärkte anfangen könnten, Stecklinge zu verticken irgendwie und das wäre ganz schrecklich und das wäre eine Gesetzeslücke und dann wäre nicht richtig verboten. Dann hat sich das aber scheinbar geändert, dann ist auf einmal der Kommentar aufgetaucht von Jon Patzak, einem Kommentarbuchschreiber und der hat gesagt, aber wenn da Erde dran ist, wenn es schon ein Töpfchen ist, dann ist es aber ein Setzling. Ein Setzling, das Wort kommt im Cannabis-Gesetz überhaupt nicht vor, aber es ist halt so ein Gartenbaus-Sprech. Die Profis, die unterscheiden da nochmal irgendwie und bei denen ist das eben, wovon wir da reden, wenn wir ein Steckling meinen, nämlich einen, den man kauft, irgendwo bestellt oder so, da ist schon Wurzeln dran und da ist dann in der Rede schon Erde dran und irgendwie ein kleines Töpfchen und irgendein Medium, Bulli, Wurzeln drin Wurzeln und dann ist das aber angeblich jetzt ein Setzling und kein Steckling und dann deswegen irgendwie keine, doch wieder Cannabis und deswegen verboten, das hat man jetzt mehrfach schon, auch da Teil unserer Justizkampagne ist das Verfahren gegen die Ostgruppe in Halle, die sogar verschenkt haben, da geht es noch nicht mehr um Kommerz, die haben einfach Stecklinge verschenkt an Erwachsene, Passanten ausdrücklich und auch da kam auf einmal die Schatzanwaltschaft an und gesagt, da ist aber Erde dran, da ist aber jetzt kein Steckling mehr, sondern das ist jetzt schon irgendwie ein Setzling. Also da gibt es jetzt mehrere Fronten, wo das zu klären ist und wieder in Bayern, ja die unbedingt wissen wollen, die sagen, oh der Patzak hat aber Erde gesagt, ja jetzt das mal alles beschlagnahmt, was irgendwie Erde ist. Gleichzeitig eben auch ein interessantes Phänomen, dass jetzt solche Supermärkte oder V-Märkte, in denen wir so einen Kramsladen, der alles mögliche verkauft wurde, diese V-Märkte, dass die jetzt auch für den Trend auch aufspringen und da haben wir jetzt gleich noch noch einen Punkt in die Richtung, nämlich Grow-Seminare im Baumarkt. Da geht es um den Hagebaumarkt oder die Filialen in Salzwedel und Klötze. Der ist derselbe Geschäftsführer für zwei oder drei Hagebaumärkte. Salzwedel ist in Sachsen-Anhalt und der hat, wo es schon letztes Jahr darum ging, von wegen der Eigenanbau wird wahrscheinlich legalisiert, so hat er überlegt, was können wir da mit unserem Sortiment machen, können wir ja auch was anbieten. Stecklinger hat er nicht, jedenfalls war da nicht die Rede von, sondern Dünger und so weiter und der bietet jetzt in seinen Filialen Grow-Seminare an, wo man hingehen kann als Laie, der das Maus probieren will und sich erzählen lassen kann, wie das geht mit dem Cannabis-Anbau. Da war jetzt noch nichts mit Polizei und Razzia und so weiter die Rede davon, aber ein interessantes Phänomen. Das erste Mal, dass wir das hören, dass im normalen Baumarkt jetzt Anbau-Seminare für Eigenanbau mit Cannabis stattfinden. Ja, eine schöne Entwicklung eigentlich, aber man sieht so, wie im Prinzip das Gezerre hin und her geht, irgendwie die Trägheit der Massen noch am alten Prohibitionsgedanken festhalten und alles versuchen noch irgendwie an den Wurzeln irgendwas zurecht definieren, zu definieren, dass man doch wieder so die Pflänzchen im Laden beschlagnahmen kann auf der einen Seite und gleichzeitig aber eben auch immer wieder innovative Ideen kommen sozusagen von irgendwelchen Geschäftsleuten, die sagen, okay, ich mache das jetzt mal ein Seminar in meinem Laden zum Handwanbau, wo man auch vor fünf Jahren noch gedacht hätte, das ist unvorstellbar oder Apotheke, die Hasch herstellt. Das ist schon interessant, auf was die Leute so alles für Ideen die so kommen. So, haben wir einen Ortsgruppenfunk, das ist auch schön diese Woche. Da haben wir zwei sehr schöne Berichte. Einerseits war eine Ortsgruppe Darmstadt, die waren wieder beim Cleanup Day dabei, auch nicht zum ersten Mal, haben die schon mal gemacht, das ist halt so ein allgemeiner großer Aufräumtag irgendwie da in Darmstadt, wo die Bürger Zigarettenstummel aufsammeln und auch eben die Mitglieder der Ortsgruppe Darmstadt vom Handverband. Ein bisschen was Cooles tun für die Menschheit und so, für das Allgemeine. Da sind wir noch gerne dabei. Schöne Bilder, viel Spaß haben die gehabt da mal wieder, glaube ich. Jedenfalls sieht das so aus. Super Aktion und super, super Aktion und vor allem sehr anstrengend und groß und überhaupt war der erste Hanfmarkt in Oberkirch. Habe ich letzte Woche angekündigt, jetzt ist es gewesen und es war wohl ein großer Erfolg. Alle Beteiligten, die damit zugange waren, waren begeistert davon und haben sich gefreut, wie viele Leute da waren, haben tierisch viel Arbeit gehabt, haben ein richtiges Bühnenprogramm organisiert und alle möglichen Stände dahin geholt und auch einen nur für Erwachsenen Konsumbereich hat es wohl da gegeben. Faszinierend, beim CDU-Oberbürgermeister da von Oberkirch, der die eingeladen hat und gesagt hat, jetzt unserem Volksfest da Manteltag wollen wir auch direkt vom Rathaus ein fettes Areal haben, wo es nur um Hanf geht. Mutiger Bürgermeister von der CDU, auch nicht eine Sache, die man alle Tage hat, also an der Stelle auch nochmal Gratulation an diesen Bürgermeister, der auch innovativ unterwegs ist und einen erfolgreichen Teil hinzugefügt hat zu seinem Volksfest. Und ich nehme an, dass wir schon Bilder sehen im Hintergrund die ganze Zeit zu dem Thema. Ich packe euch noch ein Video rein von Hanfnah in die Videobeschreibung, der auch nochmal ganz enthusiastisch berichtet von dieser Aktion der Tobi und damit belasse ich es dann für heute bis auf die Termine. Da haben wir noch ein paar Ortsgruppentermine und zwar in Regensburg ein Treffen der Gruppe am 26.10. am 27. ein Infostand in Berlin der Ortsgruppe auf dem Santa Maria Markt mit Teststationen. Wir haben so unseren Purple Pro mit, wo ihr euer Gras testen könnt auf THC-Gehalt und CBD-Gehalt und so weiter. Also 27.10. ab 15 Uhr auf dem Santa Maria Markt. Dann haben wir die Teamsitzung des Handverbands Rhein-Neckar am 4.11. Infostand derselben Gruppe in Heidelberg am 9.11. und ein Treffen in München unserer Ortsgruppe auch am 9.11. So, das war's. Liked dieses Video, wenn euch jetzt mir auf den Nerven geht und am besten auch noch gleich den Kanal zu glocken und abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.